hallo so nun ist es amtlich der sommer ist vorbei letzten sonntag habe ich noch schwitzen in der sonne gesessen aber jetzt ist herbst und es geht jetzt ratzfatz dann ist auch winter und wenn winter ist ist auch weihnachten da da ich weiß dass viele frauen schon im august anfangen weihnachtsgeschenke zu kaufen habe ich dieses jahr auch ein paar geschenke schon so rechtzeitig geordert dass man da schnell zugreifen kann weil das sind alles limitierte sondereditionen und ich habe euch vor kurzer zeit schon das erste päckchen gezeigt das war das hier so eine wunderschöne glitzer tasche zusammen mit einem pflege wirkstoff für die wimpern und einem wimpern kam das heißt conditioning care komplex das hier ich habe euch extra die umverpackung weg gemacht damit man keine spiegelung hat deswegen plumpst das hier so raus aber dann ist für mich das nochmal vielleicht zu zeigen also das ist so ein schönes täschchen auch hier so gefüttert so einfach für mädchen mädchen dieser care komplex ist sieht aus wie ein wimperntuschenbürstchen ist eine durchsichtige pflegeemulsion die man morgens und abends auf die wimpern auftragen kann und dafür wird davon wird das m2 lashes unterstützt also das gibt es einmal zusammen mit diesem wimpern kamm der wimpern so schön hoch liftet nach dem tuschen und dem täschchen davon sind noch ein paar da und dann ist diese woche noch die zweite packung gekommen das habe ich jetzt noch nicht rausgenommen deswegen spiegelt das etwas das ist das m2 lashes mit diesem care komplex zusammen also beides wirkt aufeinander unterstützend wobei dieser care komplex alleine die wimpern nicht länger werden lässt also da nicht nicht falsch verstehen das ist nur eine unterstützung und dann geht es halt noch ein ticken besser und dann ist da noch so eine weihnachtskugel drin ich hoffe dass die überhaupt den dhl transport übersteht also die weihnachtskugel ignorieren wir mal das ist halt ein bisschen hübscher in der verpackung weil ihr kennt das wenn man so auspackt man sieht so nett dekoriert und nett verpackt aus ist das ja was feines also es ist drin einmal das m2 lashes und dieser care komplex und der preisvorteil gegenüber einzelkauf sind 25 euro und auch da bei dieser größeren packung werde ich weiterhin meine dose puder noch gratis dazu geben dann sind es noch mal 13 euro also einmal die 25 und die 13 sind 25 35 38 euro ist dann die die ersparnis die man gegenüber einzelkauf hat und es ist dann direkt noch hübsch verpackt wer sagt ach ich bin so ungeschickt im verpacken einfach nur für diejenigen als hilfestellung die sagen ich möchte mir entweder das m2 lashes selber zu weihnachten gönnen dann legt man noch 20 euro drauf und hat halt diesen care komplex der sonst 45 euro einzeln kostet bringt halt noch ein bisschen mehr was und es direkt nicht verpackt wurde man verschenkt es oder läuft einfach weiterhin durch die geschäfte und sucht und sucht und sucht bei mir wird es noch ein paar produkte für weihnachten geben die sind aber noch nicht da da werde ich euch dann zu einem späteren zeitpunkt informieren also m2 lashes zusammen mit dem m2 care komplex um die wimpern noch besser rauszukriegen für diejenigen die das erste mal michael an im filmchen sehen an dem auge benutze ich das m2 lashes und an diesem nicht und da sieht man dass es wirkt und ich habe auch noch nie eine frau gehört die sagt das ist aber larifare das wirkt überhaupt nicht es wirkt immer beim einen mehr und man dann noch mehr also viel spaß bei euren weihnachtsbummeln einkäufen das ist im shop bereit aber es sind nicht allzu viele päckchen da weil ich habe keine große lagerhaltung ich glaube 15 packungen habe ich davon bestellt wenn weg dann weg weiß ich nicht ob ich nachordern kann aber wer schnell ist der bekommt halt so ein schönes geschenk paket einfach mal reinschauen bis bald tschüss so